Heavy Drive Montage unter beengten Bedingungen Ca. 20 km westlich von Zagreb setzt Heavy Drive für den kroatischen Partner Fenster- und Fassadenbau SPS Scheiben mit einem Gewicht von bis zu 1,5 Tonnen. Zum Einsatz kommen die Traverse VSG 3500 Conter 6 sowie die Sauganlage VSG 3500 kmh. Die Sauganlage wird mit wenigen Handgriffen an die Größe der Scheibe angepasst. So können die Glaselemente sicher angesaugt, transportiert und abgesetzt werden. Die Scheiben haben eine Höhe von 2,7 Metern und eine Länge von 5 bzw. 8 Metern. Eine weitere Herausforderung, die Montage fällt in die Nacht. Bei Dunkelheit wird die Scheibe mittig angesaugt. Die Konter-Traverse ist an der Sauganlage befestigt und balanciert das Gewicht der Scheibe aus. Die Traverse kann mit jeder Vakuumsauganlage verbunden werden. Die Anlage ist an einem Baukran befestigt. Millimetergenau müssen die Monteure die riesige Scheibe über den Zaun zur Öffnung steuern, die zudem unter einem 1 Meter tiefen Vorsprung liegt. Eine Aufgabe, die mit herkömmlichen Kränen nicht zu lösen ist. Die Heavy-Drive-Anlagen sind jedoch speziell für komplizierte Montagen von übergroßen Elementen entwickelt. So wird die Scheibe auch bei Nacht sicher und innerhalb kürzester Zeit gesetzt. Wenn das Fassadenelement in der Öffnung befestigt ist, löst der Bediener per Knopfdruck die Anlage von der Scheibe. Auf engstem Raum müssen die Monteure nun die VSG unter dem Vorsprung heraussteuern und drehen. Dank der Funkfernsteuerung kann die Anlage um 45 Grad gekippt und direkt verladen werden. Mit wenigen Handgriffen wird die Traverse von der Vakuumsauganlage gelöst und ist damit transportbereit. Pünktlich zur Eröffnung wurde der Showroom der Firma SBS somit verglast. Pünktlich zur Eröffnung.